Servus Leute, hier ist die Christiane von Hund und Katz und Selbstversorger. Wieder ein Erntezeit, Einkochzeit Video. Heute gibt es eine Zucchini-Kartoffelsuppe. Sehr gut. Für die Zucchini-Kartoffelsuppe war ich erstmal in meinem Kartoffelacker und habe ein bisschen Kartoffeln geerntet. Ich habe ja schon erzählt, dass wir ein Problem mit Wühlmäusen haben. Und heute habe ich mal genau gesehen, wie schlimm das eigentlich ist. Hier die Kartoffeln, die von den Wühlmäusen angefressen worden sind. Und die hier, die sind okay. Nicht angefressen. Allerdings haben sie alle diesen Kartoffelschorf, wie man an der Schale sieht. Sieht aus wie so kleine Warzen. Ist nicht weiter schlimm, wenn man die schält, ist es weg und man kann sie wunderbar essen. Aber dieses angefressene hier, das ist einfach nur zum, ich sag's lieber nicht zum, was das ist. Ihr könnt es euch denken. Absehbar ist allerdings, dass das Kartoffeljahr dieses Jahr nichts gescheites geworden ist. Kartoffelschorf, Wühlmäuse, es ist furchtbar. Hier habe ich mal meine Ausbeute gewogen. Es sind also die nicht angefressenen Kartoffeln, es sind auch ein paar winzige dabei, 1.251 Gramm. Und die angefressenen, ein wenig weniger als die Hälfte, 880 Gramm. Es ist frustrierend. Naja, kannst nichts machen. Dieses Jahr werde ich Kartoffeln kaufen müssen. Dafür habe ich umso mehr Zucchini. Heute habe ich 5,5 Kilogramm Zucchini zu Zucchini-Kartoffelsuppe verarbeitet. Kartoffeln haben gerade so gereicht. So, nach der habe ich keine Lust mehr gehabt. Die zwei großen habe ich übrig gelassen. Es war auch so genug, der Topf war schon sehr voll. Jetzt wird erstmal der Outdoor-Ofen angeschürt. Hier ein paar Holzreste und ein paar schöne Holzscheite kommen dann auch noch rein. Angeschürt wird das Ganze mit meinen selbstgemachten Ofenanzündern. Wie man das macht, kann ich euch zeigen. Habe ich ein Video gemacht, ist verlinkt unten in der Videobeschreibung. Die funktionieren jedenfalls perfekt. Ein paar Minuten später brennt es schon sehr gut und der Topf steht ja schon oben auf dem Herd. Zu den ganzen Zucchini kommen jetzt 5 Liter Wasser und eine Menge Gemüsebrühe. Den ganzen Rest, den ich noch hatte, den habe ich da mit rein. Hier habe ich noch nicht alles rein, aber später habe ich dann den ganzen Rest einfach mit rein gekippt. Hat es einfach gebraucht auf die Menge. Jetzt habe ich versucht, das umzurühren, was aber nicht so ganz geklappt hat. Trotzdem habe ich es geschafft, die Gemüsebrühe irgendwie in das Wasser reinzukriegen unten. Hier die geschälten und gewürfelten Kartoffeln, die kommen jetzt mit zu den Zucchini in den Topf. Sieben große Zwiebeln und sieben Knoblauchzehen und noch ein bisschen Knoblauchstänge. Die kommen jetzt in einen Topf in Öl und werden da gedünstet. Die Zucchini kochen mittlerweile wunderbar. Jetzt haben die Zwiebeln genug gedünstet und die kommen jetzt auch mit in den großen Topf. Und jetzt klappt es auch mit dem Rühren. Die ganze Sache wird jetzt gewürzt mit Salz und Pfeffer. In dem kleinen Topf hier koche ich die Reste für meine Hühner. Die mögen das gekocht auch lieber. Jetzt ist Mittagszeit und Zeit für eine Stärkung. Dazu habe ich ein bisschen von dem großen Topf raus und es wird jetzt mit dem Pürierstab püriert. Jetzt kommt noch ein Schuss Sahne mit dazu und dann ist es eigentlich schon fertig. Das mache ich dann übrigens auch mit den eingekochten Gläsern. Wenn ich die aufmache, da kommt dann Sahne dazu. Vorher nicht. Die wird nicht mit eingekocht, die Sahne. Dazu gibt es jetzt noch Croutons, dass ein wenig was drin ist in den Suppen. So, Mittagspause mit ein wenig Schnittlauch schaut es richtig toll aus und es schmeckt auch richtig lecker. Frisch gestärkt geht es weiter. Jetzt muss dieser ganze riesige Topf püriert werden. Rechts oben im Eck seht ihr zwei Räucherstäbchen vor sich hin räuchern. Die sind zur Wespenabwehr gedacht. Und es scheint zu funktionieren. Heute haben mich die Wespen nicht belästigt. So, das hat wunderbar funktioniert und jetzt geht es ans Abfüllen. Diesmal habe ich die kleinen halbe Liter Gläser verwendet. Das langt gerade für uns zwei einmal zum Essen. 25 solche Gläser habe ich rausgebracht. Das ist eine Menge. Hier die ersten sechs Gläser und hier die ersten 14 Gläser im Einkochtopf. Da bleiben sie für 90 Minuten bei 100 Grad. Nach den 90 Minuten habe ich die Gläser rausgeholt. Und da blubbern sie noch schön vor sich hin. Übrigens sind alle meine 25 Gläser zugegangen. Und hier das Ergebnis aus 5,5 Kilo Zucchini. Servus, bis zum nächsten Mal.